Und das hat mich natürlich gefreut. Es war ja nicht selbstverständlich, dass der Klub mich vor anderthalb Jahren zurückgeholt hat, nach dem Abgang 2019. Und deswegen bin ich den handelnden Personen, auch Herrn Ritzkowski, leider ist er ausgeschieden, sehr sehr dankbar, dass ich hier weiterhin Trainer sein darf. Und das macht mich natürlich auch ein Stück stolz.